KICKA TV, der Talk mit Marco Hagemann. Wer jetzt beispielsweise in einem Stadion aus Übermut oder was weiß ich, einen Böller zündet, der hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Der muss doch wissen, was er damit auslösen kann, welche Panik. Also man sollte auch alles unterlassen in dieser Richtung und man sollte auch Vertrauen denen gegenüber entgegenbringen, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind. Einfach mal auf den Polizeibeamten oder auf den Gendarmen zugehen, zu sagen, Dankeschön, dass es sie gibt und dass sie hier ihren Dienst tun, gerade von dem Hintergrund dieses Helden von Paris, der dafür gesorgt hat, dass die Terroristen nicht ins Stadion kommen konnten. Also wenn es mal Probleme gibt der Polizei, bitte nicht in den Rücken fallen, sondern den Rücken stärken, das tut denen auch gut. Sehr guter Hinweis.